Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück bei den Grenzflächen in der Verfahrenstechnik. Wir stecken mitten in der Vorlesungseinheit zu molekularen Wechselwirkungen und in der Vorlesung hier, das ist der Teil 2 der Vorlesung, werden wir jetzt wirklich diese ominösen Van der Waals-Wechselwirkungen kennenlernen und auch ein bisschen herleiten und uns dann auch noch mit Wasserstoffbrückenbindung beschäftigen, so als bisschen dem Spezialfall. Wir haben letzte Woche angefangen, diese molekularen Wechselwirkungen herzuleiten und das Grundprinzip davon war, dass wir sowohl Ionen als auch Moleküle einfach als Punktladung bzw. Ansammlung von Punktladung verstehen und dann ganz einfache elektrostatische Wechselwirkungen annehmen, um zu beschreiben, was dann passiert. Sie haben gesehen, dass selbst dann die Mathematik schon so ein bisschen lästig werden kann, dann muss man relativ viel umformen, aber man sieht, dass man tatsächlich mit dem Modell Vorhersagen bekommen kann, die sich tatsächlich auch mit dem Alltag einigermaßen treffen. Also wir haben zum Beispiel die Energie von dem Salzkristall hergeleitet und haben gesehen, dass sie tatsächlich sehr hoch ist und wir haben auch gesehen, dass Hydrathüllen entstehen können, indem sich ein polares Ion ausrichten kann an einem Molekül und so eine Hydrathülle bindet. Genau und die wichtigsten Formeln, die wir hatten, schreibe ich hier nochmal ganz kurz an, weil die jetzt auch hier immer wieder auftauchen. Das war zum einen, dass wir die Coulomb-Wechselwirkungen haben, also zwei Punktladungen und da ist das Potential Phi einfach minus Q1, Q2, die beiden Ladungen geteilt durch 4 Pi Epsilon Epsilon 0 mal 1 durch R1,2. Also eine Abstandsabhängigkeit von 1 durch R. Und dann haben wir ganz am Ende gesehen, die Wechselwirkung Ion-Dipol führt dann zu einem Potential Phi gleich und das ist natürlich immer Phi von R und auch hier minus und da hatten wir jetzt Groß Q, die Ladung des Ions mal U, dem Dipol-Moment des Polaren Moleküls mal Cosinus Theta, den Verkippungswinkel des Moleküls geteilt durch 4 Pi Epsilon, wieder dieses gleiche, mal 1 durch R1,2 Quadrat. Also Sie sehen, hier hat sich jetzt schon eine Änderung in dieser Abstandsabhängigkeit ergeben, wenn man von einem Dipol zu einem Ion geht. So, was wir jetzt heute machen wollen, ist uns damit beschäftigen, wie wir jetzt zu den Wechselwirkungen von zwei Molekülen kommen. Also das hier war so, so, das hier war so und das nächste soll jetzt kommen irgendwie so, Wechselwirkung von zwei Molekülen. Und hier kommt jetzt ein bisschen die Enttäuschung für die, die gerne viel rechnen. Das wird jetzt einfach auch mathematisch aufwendig und dauert relativ lang in der Herleitung von so Sachen. Deshalb möchte ich Ihnen eher die Konzepte vorstellen, wie man das wirklich macht und überlasse dann das Lösung von den Integralen, entweder Ihnen oder Sie können das in einem Lehrbuch nachschauen. Sie müssen es aber gar nicht wissen, wichtig ist, was dann am Ende in den Formeln rauskommt. Gut, als allererstes ist jetzt genau das Szenario, was ich gerade an der Tafel hatte. Wir ersetzen jetzt das Ion durch einen zweiten Dipol oder durch ein zweites Molekül. Und dann bekommen wir folgendes Szenario. Wir schauen erst mal an, beide Dipole sind irgendwie fixiert und können sich jetzt hier irgendwie drehen. Und wir haben jeweils hier diese Abstände. Und was wir dann machen müssen, ist ganz analog zu vorher. Daher, wir müssen jetzt alle relevanten Wechselwirkungen von den Punkten aufsummieren. Also A mit C, A mit D, B mit C und B mit D. Und das jeweils mit einem Potenzial versehen. Das sind alles wiederum Punktladungen. Das heißt, wir können wieder unsere ganz einfachen elektrostatischen Sachen hier verwenden. Also das hier. Nur wir sind natürlich jetzt einfach viel mehr Potenziale zu betrachten. Und entsprechend muss man viel mehr Trigonometrie mit reinbringen und so weiter. Und deshalb möchte ich das hier nicht weiter machen, sondern eben einfach zeigen, was dann dabei rauskommt. Also man kann das alles zusammenfassen und man bekommt dann einen Ausdruck, der sieht so aus. Also wir haben hier die Abhängigkeit von den beiden Dipolen. Wir haben hier wieder dieses 4Pε0. Und wir haben auf einmal eine Abhängigkeit mit R hoch 3. Und dann haben wir hier noch so einen Term, der von allen involvierten Winkeln abhängt. Also die Verkippungswinkel jeweils. Und auch dieser Rotationswinkel. Groß V hier. Und es hat eine Funktion von den ganzen Winkeln. Und die können sich entweder ausrichten oder auch nicht. Je nachdem, wie stark die Wechselwirkungen sind. Wichtig, wie gesagt, ist, auf einmal hat sich jetzt die Abstandsabhängigkeit zu R hoch 3 verschoben. Und wie das jetzt aussieht, möchte ich Ihnen einfach mal hier kurz anzeigen. Also hier sieht man jetzt die Wechselwirkungsenergie wieder aufgetragen. In zwei Szenarien. Zum einen, oder zwei, wenn Sie so wollen, Extrempositionen. Zum einen sind die Dipole parallel angeordnet. Und zum einen sind sie komplett in der Linie seriell angeordnet. Und Sie sehen, dadurch verändern sich die Abhängigkeiten. Offensichtlich ist das hier effektiver. Man hat irgendwie einen schnelleren Abfall. Oder wenn man von hier kommt, einen schnelleren Abfall. Und man hat hier eine Anziehung, die relativ schnell abfällt. Also wenn Sie zu einem Abstand von über 0,4 Nanometer kommen, verpufft diese anziehende Wirkung schon relativ stark. Man sieht auch, dass KT mal hier markiert ist als das hier. Das heißt, die attraktive Wechselwirkung ist relativ lang unterhalb von KT. Und das heißt, erst wenn die Moleküle wirklich extrem nah aneinander kämen, würden sie sich wirklich so anziehen, dass die Dipole sich ausrichten. Und das bedeutet, dass typischerweise in normalen Flüssigkeiten sind polare Moleküle nicht ausgerichtet. Weil, nochmal, KT hier negativer ist, also wenn Sie so wollen, größer im Betrag als das Potenzial. Und das ist ja genau das, was wir am Anfang der letzten Vorlesung gesagt hatten. Wenn das Potenzial kleiner ist als KT, was genau in dem Fall jetzt der Fall ist, dann überwiegt die thermische Bewegung. Und die thermische Bewegung sorgt dafür, dass Moleküle ungeordnet sind. Also sich willkürlich drehen. Das ist genau das, was jetzt diese Gleichung hier vorhersagen. Wechselwirkung ist zu klein, um Moleküle auszurichten. Und das ist ja das, was wir von der Flüssigkeit auch erwarten. Diese Abschätzung heißt natürlich nicht, dass das nie passieren kann. Also wenn Sie jetzt daran denken, dass es zum Beispiel flüssig-kristalline Zustände gibt, dann ist es tatsächlich so, je nachdem, was für Moleküle Sie haben, wie die Dipo-Momente liegen, wie die Abstände liegen und auch wie die Temperatur ist, dann kann es zu einem Grenzfall kommen, dass die Werte hier ein bisschen größer werden, die Wechselwirkungsenergie entsprechend unterhalb von KT liegt, also attraktiver wird, und dann richten sich Moleküle tatsächlich aus. Aber im typischen Fall ist es nicht der Fall. Okay, das ist aber noch nicht alles. In Wirklichkeit können ja Dipole, sind die ja nicht mehr untereinander fixiert in dem Winkel, sondern alle können rotieren, wie sie wollen. Also die bewegen sich nicht so, sondern halt irgendwie. Das heißt, wir müssen jetzt zwei komplett freie Moleküle, die in alle Richtungen drehen können, miteinander wechselwirken lassen und auch hier, wenn Sie so wollen, aufzählen, wie die Wechselwirkungsenergie für jede einzelne Orientierung und Rotation ist. Und das kann man natürlich nicht mehr so ohne weiteres machen. Das heißt, wir müssen irgendwie das mathematisch besser greifen und wir müssen auch schauen, dass natürlich nicht alle Winkel gleich bevorzugt sind. Sie werden immer natürlich so eine Bevorzugung haben für Winkel und Rotation, wo sich die entgegengesetzten Ladungen näher kommen, als Winkel und Rotation, wo sich die gleichgeladenen Teile des Moleküls näher kommen. Und das Ganze kann man mathematisch machen. Also zum einen müssen wir integrieren über alle Zustände, um quasi alle Zustände mitzuzählen. Und zum anderen muss man das werten über eine sogenannte Boltzmann-Verteilung. Das ist das, was ich letzte Woche schon mal angesprochen habe. Auch hier sehen Sie wieder, da taucht das KT auf. Und die Boltzmann-Verteilung, die sagt sozusagen, dass in der Konfiguration mit einer niedrigeren Energie häufiger vorkommen, als Konfiguration mit einer höheren Abstoßung oder mit einer höheren Energie. Das wird also in so eine Formel gefasst. Und dann mitteln Sie das über alle verschiedenen Orientierungen. Das können Sie hier über den Winkel Omega machen. Und wenn Sie jetzt dieses Integral lösen, auch das wollen wir hier nicht machen, kann man aber machen, dann kommt folgendes Ergebnis raus. Viel von eher, das Wechselwirkungspotenzial ist negativ erstmal. Ein zweites Minuszeichen, vergessen Sie das einfach. Und es hängt ab von den Dipolmomenten der involvierten Moleküle. Und zwar wird es umso negativer, je höher die Dipolmomente sind. Das macht ja Sinn. Je mehr Dipolmoment Sie haben, desto mehr kann ein Molekül natürlich auch gewinnen durch eine Ausrichtung. Das heißt, polarere Moleküle würden bevorzugt, also eine stärkere Wechselwirkung haben. Und Sie haben wieder hier dieses 4 Pi Epsilon Null, was immer auftaucht. Und auf einmal ein Faktor von 1 durch R hoch 6. Also jetzt hat sich die Abstandsabhängigkeit noch weiter verschoben, zu noch kleineren Werten. Das heißt wirklich, Moleküle, die sich frei bewegen können, spüren zwar eine Anziehung, aber nur, wenn sie sich sehr nahe kommen. Und diese Formel hier, diese Wechselwirkung zwischen zwei Molekülen, die einen permanenten Dipol haben, die nennt sich Key-Som-Interaction. Und wir werden gleich sehen, das ist ein Teil der Van der Waals-Kräfte. Und warum man das so zusammenfasst, ist, weil es hier eine 1 durch R hoch 6 Abhängigkeit hat. Gut, jetzt geht es weiter. Also bis jetzt haben wir uns immer polare Moleküle angeschaut. In Wirklichkeit sind aber gar nicht alle Moleküle polar, sondern es gibt ja auch, hatten wir ja letzte Woche an der Tafel gesehen, Moleküle, die kein Dipolmoment haben. Und da ist jetzt die Frage, wie beschreibt man denn so Moleküle? Und da gehen wir davon aus, also ein unpolares Molekül hat keinen permanenten Dipol, aber wenn das Molekül in ein elektrisches Feld kommt, dann können sich natürlich die Elektronen relativ von dem Kern bewegen. Man kann sich ja das Elektron irgendwie, oder die Elektronen als so eine Wolke vorstellen, vielleicht in einem ganz einfachen Bild, und die ist natürlich beweglich. Und wenn ich jetzt ein elektrisches Feld anlege, dann wandern die negativ geladenen Elektronen in der Wolke in eine Richtung, werden beispielsweise vom elektrischen Feld abgestoßen, der Kern aber angezogen. Also es ist anzunehmen, dass sich das Molekül verzerrt. Und dieses Verzerren führt dazu, dass ich auf einmal ein Dipolmoment bekomme. Ich mache den das mal kurz auf. Also Sie haben hier, mitten im Spotlight, Sie haben hier ein Molekül, hier sind die Elektronen und so weiter, hier ist der Kern. Und wenn ich jetzt ein elektrisches Feld anlege, dann drückt das die ganzen Elektronen in eine Richtung und den Kern in die Richtung. Also bekomme ich irgendwie sowas. Und hier sind jetzt mehr Elektronen. Und jetzt habe ich auf einmal hier ein Dipol. Und der Dipol war vorher gar nicht da, das Molekül ist gar nicht polar. Und deshalb spricht man in dem Fall von einem induzierten Dipol. Oder hier induzierte Dipol. Okay, das ist ein ganz wichtiges Konzept. Also auch unpolare Moleküle können einen Dipolmoment bekommen, wenn sie in einem elektrischen Feld sind. Und jetzt ist im Prinzip zwei Fragen. Wie groß ist der Dipol? Und woher kommt das elektrische Feld? Und das wollen wir uns jetzt beides mal anschauen. Also erste Frage ist, der Dipol ist offensichtlich umso größer. Also das induzierte Dipolmoment hier ist das hier. Je einfacher es ist, die Elektronen relativ zum Kern zu verschieben. Also wie sich die Elektronen bewegen können. Und das beschreibt sich über diesen Faktor Alpha hier. Und das ist die Polarisierbarkeit von dem Molekül. Also es beschreibt einfach die Effizienz, wie gut man das machen kann. Und dann ist natürlich klar, dass das die Proportionalitätskonstante ist zu dem angelegten Feld. Also je mehr Feld ich bekomme, desto mehr Dipol. Aber natürlich auch, je einfacher ich diesen Dipol generieren kann. Genau, da hatten wir schon gesagt, wo kommt es jetzt her? Also wir können das hier verschieben. Einerseits in einem elektrischen Feld oder natürlich kann ich auch ein ganzes Molekül umwerfen. Dann verkippt sich das Molekül. Aber das ist natürlich jetzt hier das Wichtige. Ein komplett unpolares Molekül bekommt auf einmal einen Dipolmoment. So, erste Frage ist, wo kommt der Dipolmoment her? Denken Sie einmal darüber nach. Sie sind also in der Flüssigkeit oder sind ein Molekül und auf einmal spüren Sie, dass irgendwas an Ihnen schiebt und sich Ihre Elektronen verschieben und Sie auf einmal einen Dipolmoment bekommen. Und da sonst eigentlich gar nichts anderes drumherum ist, kann dieser Dipolmoment offensichtlich nur von anderen Molekülen her rühren. Und im einfachsten Fall ist es natürlich so, Sie haben irgendwo ein polares Molekül, das hat schon einen Dipolmoment und der Dipolmoment schiebt jetzt an den Elektronen von den anderen Molekülen. Und dadurch wird ein Dipol induziert. So, und die zweite Frage ist, wie groß ist jetzt dieses Alpha, wie groß ist die Polarisierbarkeit und von was hängt das ab? Also was für ein Molekül muss ich sein, damit es einfach ist und was für ein Molekül muss ich sein, damit mir das schwerfällt, hier so eine Polarisierung einzugehen. Und das wollen wir uns kurz an der Tafel anschauen. Also wir schauen uns an, die Polarisierbarkeit von Molekülen. So, und wir machen wieder das einfachstmögliche Bild. Wir haben ein Wasserstoffatom. Und warum? Es hat nur einen Elektronen, das macht die Geometrie hier ein bisschen einfacher. Also wir haben hier einen Kern und wir haben hier ein Elektron, was irgendwie um den Kern rumfliegt und zwar in einem Abstand r. Und die Ladung hier ist minus e und die Ladung vom Kern ist plus Elementarladung. So, jetzt lege ich ein elektrisches Feld an oder ich komme zu einem anderen Molekül, was dieses elektrische Feld generiert oder ein Ion oder sowas. Und jetzt verschiebt sich auf einmal das elektrische Feld, sagen wir mal, geht nach da, drückt jetzt den Kern in die Richtung und die Elektronen in die Richtung. Das heißt, der Kern ist jetzt hier und das Elektron ist jetzt aber hier, was hier rumfliegt. Und es rotiert immer noch in seinem Orbital, aber ist jetzt durch das elektrische Feld versetzt. So, und jetzt habe ich hier nach wie vor meinen Abstand, aber die Molekülachse ist verschoben. Und zwar ist die verschoben um diesen Faktor L hier. Das ist die Länge, wie weit das Elektron in seinem Orbital weggeschoben wird. So, und dann brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Also ich schreibe mal die wichtigsten Sachen hier hin. Also hier haben wir L. Das ist assoziiert mit einem bestimmten Winkel hier. Den nenne ich hier Theta. Und dann bekomme ich eben auch einen Dipol-Moment in die Richtung U induziert. Das liegt einfach daran, dass jetzt hier mehr Elektronen sind als hier. Also eine ungleiche Ladungsverteilung entspricht einem Dipol-Moment. Jetzt schauen wir uns die ganzen Sachen an. Erstens, wie ist es mit dem Dipol? U induziert. ist gleich, wie wir in der letzten Stunde schon kennengelernt hatten. Dipol ist Ladung mal Abstand. Also Q mal L. Und in unserem Fall ist das gleich E mal L. Weil die Ladung hier E ist. Und wir wissen auch schon, dass es proportional sein muss zum elektrischen Feld. mal Alpha Null. Und das hier ist die Polarisierbarkeit. Also L ist Auslenkung. Und Alpha Null ist das, was uns hier eigentlich interessiert. Wie polarisierbar ist das Molekül? Wie kann man das beschreiben? So, was wissen wir noch? Oder was brauchen wir noch? Also wir haben diesen Dipol und wir haben ein externes Feld. was ja diesen Dipol erst verursacht. Und das richtet eine Kraft aus. F extern ist gleich Minus E mal E. Das sind natürlich Vektoren hier. Also je stärker das elektrische Feld, desto stärker die Kraft. Und natürlich auch je stärker die Ladung, desto stärker die Kraft. So, und jetzt müssen wir überlegen, wie im Gleichgewicht, das elektrische Feld hat jetzt halt einen bestimmten Wert. Das heißt, diese Kraft hier hat eine bestimmte Stärke und die drückt jetzt an diesen Wasserstoffatomen. Und im Gleichgewicht muss die Kraft, die das auslenkt und die Kraft, die es zurückdrückt, gleich groß sein. Also irgendwo muss eine rückstellende Kraft sein, sonst würde ja einfach der Kern komplett wegfliegen oder das Elektron komplett wegfliegen. Und die erste Frage ist, was ist denn eigentlich die rückstellende Kraft? Und das ist relativ klar, das ist die Anziehung von Kern und Elektronen. Dadurch, dass der Kern das Elektron anzieht, kann das nicht einfach wegfliegen. Das heißt, es gibt irgendwie eine elektrostatische Anziehung. Also im Gleichgewicht haben wir externe Kraft, wird ausgeglichen, also f extern ist gleich f intern. Und wenn man es als Vektoren schreibt, sind die natürlich entgegengerichtet. f intern ist jetzt die Frage, ist die elektrostatische Anziehung zwischen dem und dem hier. Die geht aber gar nicht in die Richtung vom elektrischen Feld, sondern die geht ja hier nach oben. Das heißt, wir brauchen die Komponente, die parallel ist zum elektrischen Feld. also gesucht ist f und ich nenne es jetzt mal c für Coulomb und parallel. Ich mache es jetzt mal hier so, meinetwegen so. Das heißt, wir suchen die Komponente der Kraft hier. Und fc parallel ist natürlich auch wieder, wir haben hier den Winkel, wir haben hier eine Kraft, die da lang geht. Wir suchen die Kraft und wir sehen, das ist ein rechter Winkel hier. Also können wir einen Sinussatz anwenden und dann ist der Winkel hier, ist die Gegenkathete, sorry, hier ist die Gegenkathete zur Hypotenuse. Das heißt, der Winkel hier ist das hier durch das hier oder fc parallel ist gleich fc, diese schräggerichtete Kraft, mal dem Sinus des Winkels, je nachdem, wie weit der ausgelenkt ist. So, und jetzt können wir die also alle gleichsetzen. fc parallel, das ist dann eben gleich f extern, ist gleich, oder Moment, fc intern ist das hier und fc extern ist minus e mal dem elektrischen Feld. und jetzt kann ich das dann alles einsetzen und ich bekomme dann fc intern hier ist gleich minus e Quadrat, also das ist dieses q1, q2, mal 4pi y0, mal 1 durch r Quadrat, aber mit dem Sinus Theta. Das ist also die Komponente, die dem elektrischen Feld entgegenwirkt, die Anziehung in die Richtung hier. Und jetzt kann ich noch den Sinus Theta hier wegbekommen, weil ich auch weiß, das l und r über diesen Sinussatz zusammenhängen, also l ist gleich r mal Sinus Theta oder andersrum gesagt, Sinus Theta ist gleich l über r. So, das heißt, ich kann also hier den Sinus Theta wegmachen, bekomme ein r mehr, sollte eigentlich ein kleines r sein hier, um konsistent zu bleiben und bekomme dann hier ein r hoch 3. also ist dann gleich minus e Quadrat mal l geteilt durch 4pi Epsilon 0 r hoch 3. Und jetzt weiß ich noch, dass mein Dipol hier e mal l ist. Das heißt, ich kann hier auch den Dipol mit reinbekommen. Ist also gleich minus e mal u induziert geteilt durch 4 pi Epsilon 0 r hoch 3. So, jetzt habe ich alle Kräfte zusammen und jetzt kann ich die gleichsetzen. Ich mache das Minus hier gerade mal weg, die sind ja einfach gleich. das heißt, ich bekomme zum Beispiel doch noch mal ein bisschen Platz. Das heißt, ich bekomme wenn ich die gleichsetze, bekomme ich dann also externe Kraft minus e mal dem elektrischen Feld ist gleich dieser Parallelenkomponente der internen Kraft minus e mal u induziert geteilt durch 4 pi 4 pi e 0 r hoch 3 und was ich ja eigentlich ausrechnen will, ist das Alpha und ich weiß, dass Alpha u induziert oder Alpha 0 mal e ist der u induzierte Dipol, also forme ich jetzt die Gleichung um, um eine gleiche Struktur zu bekommen. u induziert sollte jetzt irgendwas sein mal dem elektrischen Feld wenn ich das jetzt alles umforme das heißt, ich muss das hier rüberbringen das e kürzt sich weg und ich bekomme raus 4 pi epsilon 0 minus kürzlich auch weg mal r hoch 3 mal e so, wenn ich das jetzt vergleiche, wie gesagt, mit der Formel, die hier steht, weiß ich, dass der Faktor oder die Faktoren, die hier vor dem elektrischen Feld stehen, das hier ist Alpha 0 oder die Polarisierbarkeit das heißt, die Polarisierbarkeit Alpha ist gleich 4 pi epsilon 0 mal r hoch 3 und das heißt, die Polarisierbarkeit von einem Molekül ist proportional zum Volumen des Moleküls r ist ja der Abstand von Kern zu Schale und r hoch 3 ist entsprechend dann das Volumen das heißt, je größer das Molekül wird, desto polarisierbarer wird es und desto einfacher ist es, in die pro Moment zu erzeugen. Okay, das ist die wichtige Erkenntnis aus der Mathematik, die wir jetzt hier uns angeschaut haben. Gut, verdauen Sie das kurz. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Das war's. So, was bedeutet das? Also hier haben wir das nochmal schwarz auf weiß. Das ist genau das, was wir gerade hergeleitet haben. Und wir sehen, proportional zum Volumen von dem Molekül. So, jetzt schauen wir uns mal hier eine Tabelle an, wieder aus dem Buch von Israel Achveli. Und hier sind jetzt Polarisierbarkeiten, das ist hier dieses Alpha Null, angegeben für verschiedene Moleküle. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Helium, ein ganz kleines Molekül, hat eine sehr geringe Polarisierbarkeit. Und Sie sehen, je größer die Moleküle werden, ich sage mal hier irgendwie, Paradebeispiel wäre vielleicht Xenon, das größte Halogen, das größte Edelgas, Polarisierbarkeit von 4. Und wenn Sie jetzt wirklich zu Molekülen gehen, dann sehen Sie, dass sehr große Moleküle mit vielen polarisierbaren Atomen dann entsprechend sehr hohe Polarisierbarkeiten haben. Also Tetrako-Kohlenstoff zum Beispiel wäre extrem polarisierbar. Was haben wir hier noch für Beispiele? Doppelbindungen sind polarisierbarer als Einfachbindungen, weil da mehr Elektronen drinstecken. Und dann entsprechend auch hier, wenn Sie sehen, Brom irgendwo dabei, geht das natürlich gleich stark hoch. Das heißt, die Polarisierbarkeit hängt wirklich ganz stark ab vom Volumen der Gruppe und von der Bindungssituation von den Elektronen. Und jetzt schauen wir uns an, was die Polarisierbarkeit jetzt wiederum mit den Kräften, die wirken, zu tun hat. Also wir wissen schon, oder wir haben zumindest diese starke Intuition, dass wenn sich zwei permanente Dipole anziehen, das haben wir ja schon jetzt hergeleitet oder uns angeschaut, und wir wissen auch, dass ein Dipol in einem unpolaren Molekül ein Dipol induzieren kann, dann haben wir auf einmal das Szenario wieder runtergebrochen auf zwei Dipole und wir würden erwarten, dass eine Anziehung entsteht. Und das ist genau das, was wir jetzt hier sehen. Also wenn wir die Wechselwirkung anschauen zwischen einem permanenten Dipol, einem polaren Molekül, und einem induzierten Dipol, also einem unpolaren Molekül, dann wäre die Strategie, wir müssen erstmal das elektrische Feld berechnen, was von dem Dipol ausgeht. Das kann man machen. Dann müssen wir berechnen, wie das elektrische Feld auf das Molekül wirkt. Also wie groß ist der Dipol, der über diese Polarisierbarkeit zustande kommt. Und dann können wir die komplette Wechselwirkung berechnen, weil wir dann auf einmal zwei Dipole haben, und dann können wir wieder, wie Sie vorher schon gesehen haben, über diese Integration, über alle Orientierungszustände und das Lösen des Integrals, dann einen funktionellen Zusammenhang aufbauen. Das wollen wir jetzt hier nicht machen, das würde auch relativ lang dauern, aber ich zeige Ihnen das Ergebnis. Wenn man das alles macht, kommt Folgendes raus. Potenzial, auch wieder abstandsabhängig, ist relativ ähnlich, hängt wieder ab von den Polarisierbarkeiten, äh sorry, von den Dipol-Momenten, aber auch von der Polarisierbarkeit. Und dann hängt es ab, wieder von dem Abstand der Moleküle in der sechsten Potenz. Also auch hier wieder eine 1 durch R hoch 6 Abhängigkeit und diese Wechselwirkung hier, die nennt man die Bei-Wechselwirkung. Und das ist die zweite Komponente dieser Van der Waals-Wechselwirkung, auch wiederum hier, weil es eine Wechselwirkung mit R hoch 6 hat. Gut, das heißt, jetzt haben wir uns das Beispiel angeschaut, zwei permanente Dipole, also zwei polare Moleküle, ein polares Molekül und ein unpolares Molekül. Jetzt brauchst du viel, um herauszufinden, was noch fehlt, die Wechselwirkung von zwei unpolaren Molekülen. Und das soll als nächstes kommen. Also um die Spannung vorwegzunehmen, auch unpolare Moleküle haben attraktive Wechselwirkungen, die gehören auch zu den Van der Waals-Wechselwirkungen und wo die herkommen, wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Also ganz generell kann man sagen, wenn man das genau betrachtet, ist es auch quantenmechanisch, kann man sagen, dass die Elektronenverteilung in dem Kern immer fluktuiert. Und selbst wenn im zeitlichen Mittel der Dipol 0 ist, ist zu jedem Zeitpunkt, wenn ich irgendwo hinschaue, ist das Molekül, ist das Elektron halt irgendwo ein bisschen mehr als irgendwo anders. Und das heißt, ich bekomme Fluktuationen und instantane, ganz kurzlebige Dipole. Weil das Elektron sich einfach, war einfach gesagt, um das Atom dreht. Und zu jedem Zeitpunkt ist es halt irgendwo, zeigt also entsprechend ein Dipol irgendwo hin. Und quantenmechanisch betrachtet ist es natürlich viel komplizierter, aber ähnliche Fluktuationen existieren auch da. Ja und elektrostatisch, da würde man dann einfach sagen, das Elektron ist irgendwo, es entsteht ein Dipol. Wenn ich ein Dipol habe, habe ich auf einmal ein Molekül mit einem Dipol. Das kann dann seinen Dipol induzieren in das nächste Molekül, genau wie im Fall von vorher. Und auf einmal habe ich dann zwei Dipole und die können dann über eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung interagieren und das genauso machen wie bei den beiden Fällen vorher auch. Und diese Wechselwirkung, die nennt sich Dispersionskraft oder auch London-Kraft oder London-Wechselwirkung. Einfach, weil es erfunden wurde von London und Dispersionskraft einfach, was bei vielen Materialien vorkommt. Okay, das heißt, ganz generell, nicht nur kann ein Dipol ein Dipol induzieren, es können auch spontan Dipole entstehen oder fluktuierende Dipole entstehen und die wiederum sich dann fortpflanzen durch die Lösung. Und wie man uns das jetzt ein bisschen anschauen kann, das möchte ich mit Ihnen noch einmal durchkauen an der Tafel, am Beispiel auch wieder von einem ganz einfachen Wasserstoffatom. Das schauen wir uns hier nochmal an. Okay, also wie, was passiert hier oder wie passiert das? So, wir schauen uns einfach an. Den einfachsten Fall, man nennt es auch das Bohratom. Also ein Atom mit einem Elektron. Beispiel Wasserstoff. Das hat eine positive Ladung im Kern und irgendwo hier schwirrt das Elektron drumherum. Also ein simplifiziertes Bild von einem Wasserstoffatom, in dem man wirklich hier so eine Bahn hat. Und man hat hier auch so einen Gleichgewichtsabstand. Gleichgewichtsabstand A0. Das ist der Abstand. Ich habe das nochmal dazu. Gleichgewichtsabstand. So, und die niedrigste Energie in dem Wasserstoffatom ist eben, wenn das Elektron hier einen Abstand von A0 hat. Und man nennt das dann auch den Bohratius. Sollen wir es aber jetzt nicht weiter bedrücken. Woher kommt es? Zum einen gibt es natürlich eine potenzielle Energie, also hier Anziehung zwischen Elektron und Kern. Zum anderen gibt es aber auch eine kinetische Energie, mit dem das Elektron hier irgendwie rumfliegt. Und der Kompromiss daraus oder im Gleichgewicht stellt sich dann entsprechend einen Radius ein, wo sich die beiden aufheben. Also das würde quasi immer weiter hier reintameln. Und je schneller es sich dreht, desto mehr fliegt es nach außen und irgendwo entsteht ein Gleichgewicht. Und was man jetzt auch weiß, und das möchte ich auch nicht herleiten, man kann das aus quantenmechanischen Berechnungen zeigen oder nachschauen. Beim Bohrradius ist die Coulomb-Energie, also die Anziehung, gleich, ich schreibe das mal hin, zweimal Hµ. Und das hier ist die Ionisierungsenergie. Das heißt, die Ionisierungsenergie ist die Energie, die Sie brauchen, um das Ion zu entfernen. Und in diesem Abstand ist die Ionisierungsenergie gleich, oder die doppelte Ionisierungsenergie, gleich der Energie der elektrostatischen Anziehung zwischen Kern und Atom. Das nehmen wir einfach mal so hin. Wie gesagt, das kann man zeigen. Und was wir jetzt uns anschauen wollen, ist, dass wir aus diesem Zusammenhang kann man wirklich dieses A0 ausrechnen. Also wie nah am Kern muss, wenn Sie so wollen, die Frage, wie nah am Kern dann muss das Elektron sein, damit die Beziehung hier gilt. Damit die Ionisierungsenergie, das ist einfach eine Energie, die man messen kann, gleich der Hälfte der Kolumbenergie ist. Okay, und um das zu machen, setzen wir das einfach gleich. Also die Kolumbenergie, die kennen wir wiederum. Das ist einfach die Anziehung hier. E² von den beiden Ladungen geteilt durch das 4P Epsilon 0 und eben den Abstand A0. Und den wollen wir ausrechnen. Und das soll gleich 2 mal Hµ sein. Nü ist eine Frequenz, also die Ionisierungsenergie. Okay, und dann ist natürlich irgendwie klar, was hier rauskommt. A0 ist gleich E² beteilt durch 8P Eta 0 Hµ. Und man kann das auch ausrechnen, wenn man möchte. Also wenn man jetzt die Werte einsetzt, sollte nicht weiter wichtig sein, aber dann kommt irgendwie raus 0,05 Nanometer, also 0,5 Angström ist so der Abstand, der da irgendwie herrscht. Okay, das heißt, so kann man schon mal dieses A0 greifen. Und das werden wir nachher brauchen, weil wir das dann einsetzen können. So, das zweite ist, wie der Dipol. Fluktuieren der Dipol. Fluktuieren. Fluktuieren. Wir haben also hier unseren Kern. Hier fliegt das Elektron drumherum. Und zu jedem Zeitpunkt habe ich jetzt irgendwo hier einen Dipol, der natürlich durch diese Drehung sich ständig ändert und im zeitlichen Mittel 0 ist. Also wenn ich lang gucke, sehe ich gar nichts. Wenn ich aber jederzeit ein kurzes Bild mache, dann ist das Elektron eben irgendwo und ich kann so einen Dipol ausrechnen. Und kurzzeitig, also ich nenne es mal irgendwie U von T existiert eben immer ein Dipol-Moment, der gegeben ist durch das Produkt des Abstands und der Ladung. Also in dem Fall hier ist A0 mal Q mal der Ladung von dem Q und in dem Fall ist Q entsprechend, kann ich auch direkt reinschreiben, E, weil wir nur einen Elektron haben. So, das wissen wir schon mal oder das ist so unsere Annahme, dass man eben zeitlich sowas haben kann. Gut, und dann ist es so, wissen wir auch schon, über die Debye-Wechselwirkungen. Es bleibt nicht bei einem induzierten Dipol. Ein induzierter Dipol oder ein Dipol kann einen anderen Dipol induzieren. Also wenn ich hier kurzzeitig ein Dipol habe, kann das seine Nachbarn beeinflussen und auch da ein Dipol induzieren. Und das wird eben beschrieben durch diese Debye-Wechselwirkungen. Phi von R, also wie wahrscheinlich das ist, dass das passiert, ist minus U-Quadrat Alpha 0, genau das, was wir vorhin an der Tafel hatten, 4 Pi Epsilon 0 zum Quadrat mal 1 durch R hoch 6. Das ist einfach sozusagen, jetzt setzen wir mal als bekannt vor. So, und jetzt geht es nur darum rauszufinden, wie hängen diese ganzen Sachen jetzt zusammen und wir sehen eigentlich schon, es passiert das Einiges, was wir schon kennen. Also wir wissen einen Ausdruck für Alpha, wir wissen auch einen Ausdruck von dem Dipol und wir wissen auch, wie der Dipol hier mit der Ionisierungsenergie zusammenhängt oder wie man das A0 mit der Ionisierungsenergie zusammenhängt. Das heißt, das können wir jetzt alles einsetzen. Also ich schreibe nochmal zusammen, wir wissen jetzt hier Alpha 0 hatten wir vorher hergeleitet, ist 4 Pi Epsilon 0 und in dem Fall jetzt A0 hoch 3, weil das der Abstand hier ist, der Radius. Dann wissen wir auch von oben, hier ist U ist gleich A0 mal E und wir wissen von vorher noch diesen Ausdruck hier. Den brauche ich jetzt glaube ich nicht nochmal hinschreiben. Das heißt, das sind alles Werte, die wir kennen und jetzt können wir das alles mal hier einsetzen. Das heißt, wir können hier das hier einsetzen und Ausdruck für Alpha 0 und für U². und bekommen dann Phi von R ist gleich minus A 0² mal E². Das ist der Ausdruck, der hier das U² war. Hier das U². mal Alpha 0² mal Alpha 0². Sollen wir uns kurz kurz schauen. Ich lasse das erst mal noch stehen. Und hier habe ich jetzt noch dieses 4 Pi Epsilon 0 zum Quadrat da stehen. Und hier habe ich immer noch 1 durch R hoch 6. Also die Abstandsabhängigkeit von dem anderen Dipol. So und jetzt kann ich mal überlegen, was ich hier noch alles einsetzen kann. Zum einen habe ich hier einen Ausdruck E² und den habe ich passenderweise hier auch. Das heißt, ich kann das E² auch ersetzen durch einen Term mit Alpha 0 und mit diesen ganzen Parametern hier. Wenn ich das jetzt hier einsetze, aus Alpha 0 gleich ich schreibe es gleich nochmal hin E² durch 8 Pi 8 Pi Epsilon 0 H Nü bekomme ich jetzt Minus also jetzt muss ich das hier rüberziehen und bekomme dann hier noch einen Haufen Dinger, also A 0 hoch 3 mal 8 Pi Eta 0 H Nü und dann immer noch hier das Alpha 0 und hier sehe ich auch gerade, das sollte kein Quadrat sein. geteilt durch 4 Pi Epsilon 0 zum Quadrat mal 1 durch r hoch 6 da hat sich jetzt nichts dran geändert. Und jetzt kann ich hier an meinem Alpha 0 noch ein bisschen rumspielen. Wir wissen Alpha 0 ist 4 Pi Epsilon 0 A 0 hoch 3 und wir sehen auch, dass wir hier ein A 0 hoch 3 stehen haben. Und das können wir jetzt ersetzen, das heißt wir können hier einsetzen, das ist dann A 0 hoch 3 ist dann gleich Alpha 0 durch 4 Pi Epsilon 0 so und jetzt setzen wir das hier alles ein und bekommen dann raus Phi von R minus Alpha 0 durch 4 Pi Epsilon 0 das ist der Ausdruck hier mal dem Ganzen mal 8 Pi Epsilon 0 H Nü mal nochmal Alpha 0 geteilt durch den Ausdruck wieder, der verändert sich gar nicht 4 Pi Epsilon 0 zum Quadrat mal 1 durch R hoch 6 so viel hin und her geschiebe und rum geformen aber jetzt haben wir zumindest das alles auf Parameter runter gebrochen die man irgendwie bestimmen kann das heißt wir können hier noch ein bisschen kürzen das geht weg das Pi geht weg hier wird eine 2 draus und das Alpha 0 wird zum Quadrat und wir bekommen dann Phi von R ist gleich 2 mal Alpha 0 Quadrat mal H Nü dieser Ionisierungsenergie geteilt durch 4 Pi Epsilon 0 zum Quadrat mal 1 durch R hoch 6 das ist der Ausdruck für die Dispersionsenergien oder die Dispersionswechselwirkung von Molekülen die unpolar sind gut also jetzt sehr viel gerechnet was sagt uns das eigentlich das Potential und irgendwo sollte ich ein Minus noch haben ja genau das habe ich hier vergessen Potential ist negativ also anziehend das ist das Minuszeichen es hängt ab von insbesondere der Polarisierbarkeit also je polarisierbarer das Molekül ist desto stärker kann ein Dipol induziert werden das ist ja irgendwie das was man auch schon vorher vorausgesetzt hat oder gesehen hat weil dadurch einfach der Dipol stärker wird und wir sehen auch vorher bei den Polarmolekülen stand in dem gleichen Ausdruck statt dem Alpha 0 Quadrat einfach U Quadrat das heißt wirklich diese Polarisierbarkeit übernimmt die Rolle des Dipolmoments in der Form wenn sie so wollen dann haben wir natürlich hier wieder diesen ganzen Kladderadatsch der aus der Elektrostate kommt wir sehen auch es hängt von der Ionisierungsenergie ab also je stärker oder je stabiler des Molekül ist je stärker die Bindung desto höher ist hier auch das Potential oder desto stärker die Wechselwirkung und das Wichtigste es hängt ab wieder mit diesem 1 durch R hoch 6 Term und das zeigt uns schon an dass es der dritte Teil der Van der Waals Kräfte ist das heißt wir können jetzt zusammenfassen wir haben Kräfte zwischen polaren Molekülen die Wechselwirken über irgendwelche Konstanten mal 1 durch R hoch 6 wir haben Kräfte zwischen polaren und unpolaren Molekülen die Wechselwirken auch über 1 durch R hoch 6 und wir haben diese unpolaren Wechselwirken die Wechselwirken die Wechselwirken auch über 1 durch R hoch 6 und die fasst man alle zusammen als Van der Waals Kräfte das zeige ich Ihnen jetzt auf der Tafel hier so also wir haben hier diese ganzen Rechnungen die wir jetzt gerade gemacht haben in ein bisschen mehr Detail sehen diese Formeln hier und jetzt haben wir hier unsere Aufgabe erledigt wir haben jetzt alle fundamentalen Wechselwirkungen oder alle Kategorien abgeklappert und sehen dass es genau diese drei Fälle gibt Keystone Interaction Dipol mit Dipol die bei Dipol mit einem induzierten Dipol und dann die Dispersionswechselwirkungen von unpolaren Molekülen mit zwei induzierten Dipolen und noch mal man sieht hier wo die diese Us auftauchen taucht jetzt hier die Polarisierbarkeit auf und alle haben diese Abstandsabhängigkeit von R hoch 6 und deshalb nennt man die Van der Waals Kräfte oder richtiger gesagt muss man sagen Van der Waals Wechselwirkungen weil das hier 1 durch R hoch 6 ist ok was sind jetzt die Eigenschaften dieser Van der Waals Wechselwirkungen die tauchen überall auf also Moleküle sind nun mal polar oder nicht polar deshalb wechselwirkt es überall die sind immer attraktiv zumindest wenn Moleküle in Luft oder in Vakuum miteinander Wechselwirkungen es gibt auch Spezialfälle möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen alle Van der Waals Wechselwirkungen haben diese charakteristische 1 durch R hoch 6 Wechselwirkungen wenn es denn um Moleküle geht und das ist auch wichtig weil wir in den nächsten Stunden sehen werden dass das für makroskopische Körper die ja auch aus Molekülen bestehen auf einmal ganz anders aussehen kann da werden diese Van der Waals Kräfte die ja hier sehr sehr kurzreichweitig sind auf einmal wesentlich länger reichweitig typischerweise und das ist vielleicht nicht ganz intuitiv sind die Dispersions Wechselwirkungen das Dominante in dem Fall also man würde denken dass die Wechselwirkung zwischenzeit Dipolen immer viel stärker ist aber man darf nicht unterschätzen dass diese Polarisierbarkeit von Molekülen Moleküle sind irgendwie viel weicher als man denkt vielleicht ganz starke Effekte hat genau und das hatte ich schon gesagt in den nächsten Stunden werden wir uns damit beschäftigen wie man eben diese Van der Waals Kräfte oder Wechselwirkungen verwenden kann um die Wechselwirkung von makroskopischen Teilchen Oberflächen Kugeln und sowas zu beschreiben das wird uns auch zeigen warum der Gekko dann an der Wand klebt und Van der Waals Kräfte sind irgendwie wenn man so will fundamental der Ursprung oder die die Begründung warum Materie überhaupt zusammengehen kann dadurch dass die zwischen allen Teilchen irgendwie Wechsel wirkt ist es so dass nicht alles ein Gas ist und dass es irgendwie zu Kondensationen kommt und deshalb wirklich Flüssigkeiten und Feststoffe entstehen können so und um Ihnen das nochmal zu zeigen dass diese Dispersions Kräfte wirklich relativ stark sind habe ich Ihnen mal hier noch einen Auszug leider ein bisschen schiefen Auszug aus dem Buch von Israel Achbeli mitgebracht und hier sind jetzt berechnete Van der Waals Kräfte für verschiedene Moleküle bei Raumtemperatur man sieht jetzt hier irgendwie Neoneon Methan Methan bis hin zu HI also Jodwasserstoffsäure mit Jodwasserstoffsäure und so weiter und jetzt sieht man natürlich diese Polarisierbarkeit die nimmt natürlich stark zu wenn Sie hier diese ganz dicken polarisierbaren Moleküle nehmen und jetzt wird hier einiges ausgerechnet das sind so diese einzelnen Konstanten und das einzig Wichtige hier ist wie viel Prozent von der Gesamtwechselwirkung geht auf Kosten oder zu Lasten dieser Dispersionsenergie also der Wechselwirkung von den induzierten Dipolen miteinander und da sehen Sie jetzt hier für diese Moleküle die halt komplett unpolar sind nicht weiter überraschend die Wechselwirkung nur über die Dispersionswechselwirkung das ist Neon oder Methan oder sowas und Sie sehen auch die Wechselwirkung natürlich nicht so stark die sind ja Gas bis in sehr sehr niedrige Temperaturen insbesondere Neon da haben es tatsächlich auch die Van der Waals Kräfte schwer genug Attraktion zu generieren um Neon zu verflüssigen sobald Sie jetzt hier polarer werden zum Beispiel hier so ein Salzsäuremolekül oder ein Brummwasserstoff Jodwasserstoff wird es natürlich schneller flüssig und die Kräfte steigen an aber obwohl Sie hier ganz starke Dipolmomente haben permanente Dipolmomente haben Sie trotzdem ganz hohe Beiträge von dieser Dispersionswechselwirkung und Sie sehen auch wieder je dicker das Molekül wird also wenn Sie von Chlor zu Jod gehen desto mehr kann das polarisiert werden und desto stärker ist der Beitrag von dieser Polarisierbarkeit zu der gesamten Wechselwirkung okay und das einzige wirklich abweichende Beispiel hier ist Wasser da sehen Sie es wirklich wird nicht dominiert durch die Dispersionswechselwirkung selbst bei Ammoniak oder hier Chloroform ist das noch irgendwie die Mehrheit die Dispersionswechselwirkung und Wasser ist generell ein Spezialfall da kommen wir in ein paar Minuten nochmal dazu gut das heißt wir haben jetzt die Wechselwirkungen die attraktiven Wechselwirkungen zwischen Molekülen uns wirklich hinreichend angeschaut jetzt ist die Frage gibt es denn noch andere Wechselwirkungen die wir jetzt nicht berücksichtigt haben und irgendwie müssen sich Moleküle ja auch abstoßen sonst würden in der Flüssigkeit oder wenn die attraktiven Wechselwirkungen stark genug sind die alle kollabieren und irgendwie in einen Punkt getrieben werden weil das ja die attraktiven Wechselwirkungen einfach mit 1 durch R hoch 6 abfallen und deshalb je niedriger man kommt ebenso stärker werden würde also immer Richtung R gleich 0 gehen und da wir wissen dass das irgendwie nicht sein kann sonst würde ja alles in ein schwarzes Loch kollabieren muss es noch irgendwas geben was es davon abhält deshalb ist die Frage wie beschreibt man denn abstoßende also irgendwie muss auch muss irgendwo Schluss sein mit der Anziehung und der wirkliche Ursprung davon ist gar nicht so einfach zu sagen das liegt letztendlich daran dass nicht alle Elektronen den gleichen Zustand annehmen können also quantenmechanisch gesehen müssen die sich in irgendwas unterscheiden und das bedeutet dass die unterschiedliche Orbitale einnehmen müssen und letztendlich nicht noch mehr Elektronen irgendwo reinkommen können deshalb können die nicht weiter zusammenrücken aber das ist für uns jetzt viel zu kompliziert was man typischerweise einfach annimmt sind zwei Fälle also wir haben entweder einfachster Fall das nennt man das sogenannte Hartz-IV Potenzial und das sind sozusagen Billardbälle und da sagt man schlicht und einfach Moleküle können sich nicht komprimieren oder können nicht überlappen und sobald sich die Moleküle berühren ist Schluss dann kann man nicht mehr weiter zusammenrücken und das würde dann so aussehen die Potenzial also Potenzial Wechselwirkung im Vergleich zum Abstand die Wechselwirken gar nicht zumindest jetzt in der abstoßenden Wirkung und sobald sie sich berühren wird das Potenzial unendlich und hier wäre dann Sigma und das wäre sozusagen Kontaktabstand so wird es bei Billardbälle ich kann die zusammenbringen die spüren gar nichts und wenn sie aber in Kontakt sind kann ich sie eben nicht mehr weiter zusammenbringen und was man aber oft annimmt ist dass die Moleküle bevor sie wirklich komplett im Abstand sind schon langsam spüren dass sie näher an die Oberfläche kommen das kann verschiedene Gründe haben zum einen kommen Elektronen immer ein bisschen aus der Oberfläche raus zum anderen können Sachen auf der Oberfläche gebunden sein zum anderen haben sie halt immer irgendwelche Inhomogenitäten und so weiter und dann nimmt man oft an dass das Potenzial einfach so aussieht und das wird dann beschrieben von einer 1 durch R hoch 12 Abhängigkeit also das ist das abstoßende Potenzial und hier wäre Sigma ist gleich Plus ist abstoßend Sigma durch R hoch 12 und das ist einfach empirisch zeigt sich dass es das relativ gut beschreibt um einfach nicht ganz erst press auf Kontakt unendlich zu werden sondern das mathematisch irgendwie stetiger hier zu bekommen ja und dann kann sich das jetzt irgendwie komplett zusammenfügen und das führt dann zu einem ganz berühmten Potenzial also Gesamtwechselwirkungspotenzial oder Gesamtwechselwirkung also ich habe dann hier das Potenzial Phi über den Abstand von meinen beiden Molekülen R und ich habe jetzt genau diese beiden Beiträge zum einen habe ich meinen Beitrag von dieser Abstoßung und ich habe meinen Beitrag von der Anziehung durch Van der Waals Kräfte geht durch 1 durch R hoch 6 und dann bekomme ich zusammengenommen ein Potenzial was natürlich 1 durch R hoch nicht 2 sondern 12 bei ganz ganz kleinen Abständen und hier wäre jetzt irgendwo wirklich der Kontakt dominiert dann natürlich beim Kontakt die Abstoßung das heißt ich habe damit sozusagen integriert dass die Moleküle sich nicht überlappen können und sobald ich ein bisschen weiter weg gehe dominiert aber der Term hier das heißt ich bekomme so ein Potenzial und das hat dann zum einen hier einen Gleichgewichtsabstand der ein bisschen größer ist und zum anderen sieht man eindeutig dass wenn Moleküle nahe zusammenkommen werden sie erstmal angezogen und das Ganze nennt sich ein sogenanntes Lennart-Jones-Potenzial und man kann es dann auch 6,12 weil hier 6 und hier eine Abstoßung mit der 12. Potenz ist noch spezifizieren genau das heißt Kombination von Van der Waals-Kräften mit dieser Abstoßung ok so damit haben wir jetzt wirklich die Potenziale komplett beschrieben das ist also wie Moleküle miteinander wechselwirken und darauf aufbauend werden wir dann in den nächsten Stunden mal schauen was makroskopische Objekte machen jetzt möchte ich zum Abschluss noch so ein paar Spezialfälle diskutieren also hier sehen sie noch mal diese abstoßenden Wirkungen das Gesamtpotenzial hier die Beschreibung noch mal mit den Van der Waals-Kräften hier einfach zusammengenommen die ganzen Konstanten der Van der Waals-Kräfte und jetzt schauen wir mal ganz kurz welche Kräfte sind denn irgendwie wichtig oder welche Wechselwirkungen sind denn wichtig für welche physikalischen Eigenschaften und dazu möchte ich mal ganz kurz ein Beispiel mit Ihnen diskutieren und das ist der Schmelzpunkt und der Siedepunkt von verschiedenen unpolaren Flüssigkeiten also man hat hier zum Beispiel alles mit C6 Hexane und jetzt vergleicht man hier Hexan, Hexen und verschiedene Methylpentan also irgendwas was irgendwie ein bisschen komplexer ist und das gleiche picken Sie irgendwas raus C8 Oktat, Okten und so weiter C18 verschiedene Isomere von dem gleichen Ding die sind also alle haben die das gleiche oder annähernd das gleiche Molekulargewicht und wenn man jetzt mal hier schaut dann sieht man dass der Boiling Point der Schmelzpunkt äh der Siedepunkt ist fast gleich 69, 63, 69, 60 hier 126, 121, 126, 129 also ganz gleich eigentlich wohingegen der Schmelzpunkt hier das gerade minus 95 das hier minus 150 also 50% Abweichung hier genauso minus 57 im Vergleich zu minus 120 deshalb wäre die Frage warum kommt es jetzt zu so einer starken Abweichung von dem Schmelzpunkt und dem Siedepunkt da können Sie mal kurz drüber nachdenken weil es sind ja offensichtlich ganz ähnliche Moleküle und das führt uns dann so ein bisschen zu einer Diskussion welche Kräfte dominieren denn welche Prozesse naja und jetzt sieht man zum Beispiel dass Prozesse die irgendwie mit ungerichteten Vorgängen zu tun haben sind dominiert in der Regel durch attraktive Wechselwirkungen oder attraktive Kräfteanziehung also zum Beispiel Van der Waals Kräfte ein typischer Fall ist die Kohäsion von Molekülen und die Kohäsion wie stark die Moleküle zusammenhängen ist ja spiegelt sich ja wieder in der Verdampfungshitze oder letztendlich auch dem Siedepunkt also wie viel Energie muss ich reinstecken bis die Moleküle verdampfen und die Oberflächenspannung natürlich auch das ist ja praktisch nur ein Maß dafür wie stark die Wechselwirkungen zu den Nachbarn sind aber es ist eigentlich egal wo genau die Nachbarn sind wie die sich anordnen und sowas und das sind so typische Prozesse oder Phänomene die einfach dominiert werden von ungerichteten attraktiven Kräften und die attraktiven Kräfte Van der Waals Kräfte sind sehr ähnlich wenn Moleküle gleich groß sind also Siedepunkt hier diese Moleküle die sich chemisch sehr ähnlich sind haben sehr ähnliche Van der Waals Kräfte weil sie ähnliche Polarisierbarkeiten haben und entsprechend einen ähnlich hohen Schmelzpunkt aber Moleküle oder Prozesse oder Phänomene die irgendwie gerichtet sind die werden häufig dominiert von repulsiven Eigenschaften und insbesondere geht es zu Packungsdichten von Festkörpern und natürlich irgendwelchen Kristallstrukturen und dazu gehört natürlich auch der Schmelzpunkt wie einfach es ist Moleküle wieder aus dieser Kristallstruktur rauszubekommen und in gewisser Weise dann auch Selbstorganisationsprozesse wo man irgendwelche Ordnungen erreichen will weil da ist es gar nicht so wirklich die Frage wie stark kleben die Moleküle aneinander was quasi die Van der Waals Kräfte zeigen würden sondern wie effizient können die Moleküle packen und es hängt ziemlich davon ab wie stark die sich abstoßen dass noch genug Platz und Zeit gefunden wird eine gescheite Kristallstruktur zu bilden also das sind alles gerichtete Prozesse bei sowas und da sieht man jetzt dass ich natürlich wenn ich die Symmetrie störe hier ein normales Hexan kann es sehr schön Kristall ausbilden das heißt wenn die wenn die Repulsion groß genug ist können alle Moleküle sehr schön in ein Kristall gehen entsprechend hält der Kristall auch gut zusammen aber wenn ich die Symmetrie störe obwohl die Van der Waals Kräfte sehr ähnlich sind wie zum Beispiel jetzt hier wenn ich eine Methylgruppe einziehe dann schmilzt der Kristall viel schneller weil die Energie die ich dadurch gewinne in diesen Kristall zu packen viel kleiner sind das heißt Kräfte oder verschiedene Phänomene bedingen manchmal so eine bisschen andere Herangehensweise an Kräfte oder an Wechselwirkungen und die Van der Waals Kräfte beschreiben nämlich den Inhalt in erster Ernährung am wichtigsten Prozesse die irgendwie ungerichtet sind okay abschließend noch eine Bemerkung der Special One wenn man sich Wasser anschaut haben sie eben in der Tabelle schon gesehen hat Wasser ganz niedrige Beiträge von diesen Dispersionskräften obwohl fast alle anderen Moleküle davon dominiert sind und das ist natürlich komisch aber Wasser ist sowieso komisch und hat eine Menge Eigenschaften die eigentlich sinnfrei sind wenn sie so die die Querbeziehung im Periodensystem anschauen beispielsweise ist Wasser flüssig sollte aber eigentlich wenn man so die die Position im Periodensystem anschaut von Sauerstoff und sowas sollte das eigentlich ein Gas sein Wasser kann sehr gut polare Sachen lösen was irgendwie ungewöhnlich ist Wasser ist das einzige Material was in der Flüssigkeit dichter ist als im Feststoff und es gibt ganz viele sogenannte Anormalitäten von Wasser manche davon sind extrem wichtig für uns wäre zum Beispiel ein bisschen schade wenn Eisberge immer untertauchen würden dann würde es zum Beispiel kein Nordpol geben aber auch diese Lösungseigenschaften sind natürlich total wichtig irgendwie für das tägliche Leben und das liegt jetzt dran wenn man sich Wasser mal genau anschaut also man sieht das jetzt nochmal hier Sauerstoff Wasserstoff und Wasserstoff dass auf einmal Wasserstoffbrücken total wichtig sind im Wasser weil wir hier ganz viele Elektronen haben und hier ganz wenige und die können sich immer jetzt hier gegenseitig anlagern und deshalb ist die Erklärung für die Anomalien dass Wasser eins der ganz wenigen Moleküle ist was nicht von Van der Waals Kräften oder Van der Waals Wechselwirkung dominiert wird sondern von Wasserstoffbrücken und das dominiert das komplette Verhalten von Wasser wie es sich so verhält und wir hatten ganz am Anfang schon gesehen dass Wasserstoffbrücken stärker sind in der Regel als Van der Waals Kräfte und das führt dann dazu dass stabilere Strukturen entstehen und irgendwie die Wechselwirkung oder die Kohäsion von den Molekülen stärker ist das erklärt schon mal direkt warum der Zielpunkt von Wasser so hoch ist und das erklärt zum Beispiel auch warum die Struktur von Eis so ist wie sie ist und verschiedene andere Eigenschaften die ich gleich mit Ihnen noch kurz diskutieren will aber für die Wasserstoffbrücken sollte man noch kurz überlegen wie könnte man das beschreiben und letztendlich ist so eine einfache Näherung ist dass wir Wasserstoffbrückenbindungen anschauen als die Wechselwirkung von einem Proton also quasi nur dem hier mit dem Dipol vom Wasser also der Dipol von Wasser wird hier bestimmt durch letztendlich diesen Sauerstoff oder dass die Elektronen stark beim Sauerstoff hängen und wir nähern jetzt das Wassermolekül was so aussieht nähern wir und jetzt ist hier die Bindung zum nächsten Wasser nähern wir einfach an durch ein Dipol und der Wechselwirkung mit dem hier das ist eigentlich eine ganz gute Annäherung weil das die elektronische Situation eigentlich sehr gut hergibt und wenn man das macht dann haben wir das Problem direkt runtergebrochen auf eine Problematik die wir schon behandelt haben ganz am Anfang das ist also einfach nur die Wechselwirkung von einem Dipol mit einer Punktladung und das hatten wir letzte Stunde hergeladen ist genau das hier das heißt das wird wieder beschrieben von diesen Dipol und wenn Sie sich hier dipolen und wenn Sie sich erinnern was da rauskam dann hat man gesehen dass da die Wechselwirkung relativ stark sein kann hängt ein bisschen an von der die elektrischen Umgebung hier auch aber durchaus signifikante Werte im Vergleich zu KT erreichen kann und man sieht es hier typischerweise irgendwie so 5 bis 10 KT hängt so ein bisschen von ab aber generell sind solche Wechselwirkungen erstens länger reichweitig und zweitens generell stärker als Van der Waals Kräfte also stärker als Van der Waals Kräfte aber natürlich viel weniger stark als ionische oder kovalente Brücken das heißt wir würden erwarten hier bilden sich die Strukturen aus die sind aber dynamischer als ein fester Kristall ok was für Eigenschaften bedingt das also zum Beispiel Eisberge warum schwimmt Eis auf Wasser ist relativ einfach man hat diese Wasserstoffbrückenbindungen und die sorgen jetzt dafür dass sich die Wassermoleküle in einem Kristall gar nicht so eng packen wie man das jetzt denken würde man denkt ja immer Kristall alles so dicht wie möglich gepackt hier wird aber diese ganze Packung nicht dominiert davon dass wir Körper aneinander bringen wollen sondern dass wir die Wasserstoffbrückenbindungen so effizient wie möglich ausrichten und dann ergibt sich so eine tetraedrische Einheit die dafür sorgt dass relativ viel Platz dazwischen ist und das sorgt dafür dass eigentlich viel nichts in so Eis drin ist und dass deshalb die Dichte niedriger ist als in Wasser gut eine andere ganz wichtige Konsequenz von Wasserstoffbrückenbindungen hatte ich ja schon gesagt ist die DNA Sie sehen hier diese Doppelhelixstruktur und vielleicht noch was anderes ist eine kugelsichere Weste was auch was mit Wasserstoffbrückenbindungen zu tun hat also zuerst nur ganz kurz zur DNA auch da möchte ich natürlich nicht ins Detail gehen und das kann beliebig komplex sein aber DNA ist ja so eine Ansammlung an ganz vielen Nukleobasen und diese Nukleobasen sieht man mal hier so ein bisschen hier ist die eine Nukleobase und hier ist die andere die können an jedem Wechselpunkt hier zwei oder drei Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden zu benachbarten Basenpaaren und das heißt die haben in so einer DNA in dieser Doppelhelix kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein gigantischer Klettverschluss der überall über Wasserstoffbrückenbindungen ganz ordentlich zusammengehalten wird und daraus resultiert dann diese Doppelhelixstruktur und das ist natürlich geschickt weil dadurch das Molekül sehr stabil wird und das ist genau das was man haben möchte wenn man seine Informationen lang aufbewahren möchte das macht die DNA so ein zweites Beispiel man kann Polymer herstellen jeder kennt vielleicht Polymer als Polystyrol oder irgendwelche einfachen Plastikprodukte diese kugelsichere Weste hier die der Herr anhat ist auch aus dem Polymer und in dem Fall ist offensichtlich die Wechselwirkung zwischen den Polymerketten so stark dass es tatsächlich eine Kugel aufhalten kann und das kommt daher das ist so ein Material was man hier verwendet für so kugelsichere Westen Kevlar nennt sich das und da sieht man dass die einzelnen Polymerstränge das ist das hier und das hier so gebaut sind dass die an jeder Verknüpfung Wasserstoffbrückenbindung zu den Nachbarn eingehen können also man hat hier immer so diese Polyamide jetzt macht man hier eine Wasserstoffbrückenbindung zur Nachbarkette dann entsprechend hier wieder und hier und hier und hier das heißt auch da ist diese Polymerkette nicht vereinzelt sondern total gebunden an die Nachbarketten und das geht natürlich durch das ganze Material durch und wenn jetzt eine Kugel hier reinkommt dann muss die diese ganzen Wasserstoffbrückenbindungen mehr oder weniger auf einmal durchbrechen damit sie durchkommen kann und das diszipliert natürlich sehr viel Energie und dann wird die Energie von der Kugel so weit abgesenkt dass sie keinen tödlichen Schaden mehr anrichtet man kennt das ja aus Filmen ich habe das jetzt nie persönlich ausprobiert habe auch kein Interesse daran das zu machen man scheint ja da ziemlich blaue Flecken zu bekommen wenn man beschossen wird aber es reicht eben nicht dass die Kugel komplett durchgeht und das ist eben ein Effekt von der Summe aller Wasserstoffbrückenbindungen die in dem Material drin sind gut damit bin ich am Ende der Vorlesung zu den molekularen Wechselwirkungen ich fasse vielleicht nochmal ganz kurz zusammen also wir haben elektrostatische einfache Modelle entwickelt und uns angeschaut um Wechselwirkungen zu beschreiben zwischen Atomen und Molekülen und zwischen Molekülen und Molekülen und haben dann gesehen dass KT eine ganz gute Energieskala ist um zu vergleichen wie stark sowas ist und haben auch gesehen dass man Gravitation in gewisser Weise wenn Sie so wollen natürlich vernachlässigen kann dann haben wir uns ziemlich auf die Van der Waals Kräfte fokussiert und haben gesehen dass es da drei Typen gibt man kann Wechselwirkungen haben zwischen Dipol und Dipol also polaren Molekülen zwischen einem Dipol und einem induzierten Dipol also polar und unpolar und zwischen zwei induzierten Dipolen das sind dann unpolare Moleküle die heißen dann Kisum Die Bay und London oder Dispersionswechselwirkungen und haben alle diese charakteristische 1 durch R hoch 6 Abstandsabhängigkeit und die fasst man zusammen als Van der Waals Wechselwirkungen oder Van der Waals Kräfte und dann haben wir am Ende gesehen dass man das gesamte Potenzial von Molekülen eigentlich ganz gut über so ein Leonard-Jones-Potenzial beschreiben kann oder annähern kann und dass Wasserstoffbrückenbindungen eben so ein bisschen noch ein Spezialfall sind weil das nur in wenigen Molekülen vorkommt Beispiel DNA oder Wasser aber da dann auch total die Wechselwirkung dominieren kann Das soll für uns reichen für die molekularen Wechselwirkungen in der nächsten Stunde schauen wir jetzt was das dann für die makroskopische Welt bedeutet und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute bleiben Sie gesund und bis bald Tschüss